Musik Mitten in der Innenstadt von Buchholz ist die Buchholzgalerie mit ihren rund 50 Ladeneinheiten integraler Bestandteil der Fußgängerzone. Die gesamte Verkaufsfläche beträgt ca. 8500 Quadratmeter und erstreckt sich über drei Einkaufsebenen. Die Buchholzgalerie lädt Sie zum Bummeln, Einkaufen, Erleben und Genießen in persönlicher Atmosphäre ein. Mit den Branchenschwerpunkten Textil, Schuhe, Accessoires und Lederbahnen findet jeder Besucher viele Anregungen. Ergänzt wird das Angebot durch Drogerie und Gesundheitsartikel. Selbstverständlich fehlt ebenso wenig der Aspekt Genuss mit seinen vielfältigen Gastronomieangeboten. Die Obergeschosse 2 und 3 sind als Parkebenen ausgebaut und bieten etwa 260 Stellplätze. Bei uns finden Sie alles, was Sie täglich brauchen und immer eine schöne Idee mehr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Musik 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 Vielen Dank.